Wir haben hier alleine schwimmen, und dann schwimmen wir uns kurz mal los. Und jedenfalls, dass wir das gleiche, wenn wir die Kinder und die Kinder sind, und die haben schon mal die Schlauze. Wir haben auch schon mal ein paar Leute in Paris, und die nach dem anderen, obwohl wir jetzt einmal, wenn man es sehen hat, mit mir schon gleich, ich bin ja jetzt so, auch nicht locker, ich darf aber alles zu Hause, das ist ein bisschen zu beeindruckt, denn, wenn man noch mal ein paar Sachen geholt macht, dann kommen wir mal wieder 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 locker. Man kann jetzt mal wieder so, Wollen Sie doch nicht die TV bei uns? Nö, kommt ja nicht vor. Aber Papa hat so viel geklappt. Nein, keine Ahnung. Ne, doch so. Da war doch wohl noch mal ein bisschen. Da sind wir dann jetzt wieder Freunde. Okay, dann haben Sie mich. Nein, ich habe alles gerne. Was möchtest du denn? Cari, du. Willst du was trinken? Ja. Kann Papa dir was kriegen? Ja. Dann gebe ich dir den Fächer und dann holt sie mich an. Mit einem Handvollenbächern. Ja, ich schieb dir den Leiter in der Zagabasse. Du musst das nicht, wo du vertragen darfst. Nein. Das ist über alle. Außer meins. Die brauchen wir nicht. Ja. Ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ich bin nicht korrekt. Sehr gut, wir haben einen Reifen verloren. Die sind zusammen bei den Käptnissen der Autor, wenn die Gears in der Final-Pro-Chose gehen. Ja, wir haben nur noch drei Reifen passiert. Happy Land. Und der Daniel sitzt vorne am Steuer. Daniel, danke. Daniel, danke. Ja, das ist ja. 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 Ich kann doch nicht so viel aufsiehen. Ja, das ist ja. Hey, hey Leon, ist doch nicht vorbei. Ja, das ist ja. Mein Name ist ja, herzlich willkommen auf Mallorca. Wenn Sie hier gelandet haben, Sie bitte noch so lange angestaltet sitzen zu bleiben, bis der Flieger in Parkposition abgestellt wurde und die Werkzeuge von Anstattzeichen ausgestattet worden sind. Öffnen Sie bitte die Fächer übersicht recht vorsichtig. Wenn ein Fluges könne Gepäck verrutscht sein, dass sie nicht zugegenfällt. Bitte um auch beim Öffnen der Fächer. und das ist ein leichter